Die Körperanalysewaage Tanita BC582 mit exklusiver FITPLUS-Anzeige. Diese ansprechende Waage setzt die neueste Technologie zur Bioimpedanzanalyse ein und zeigt in Sekunden ihre persönlichen Körperanalyse-Daten an. Die präzisen Messergebnisse beinhalten Muskelmasse, Körperfettanteil, Körperwasseranteil, tägliche Kalorienaufnahme, Stoffwechselalter, Knochenmasse, Organfettanteil und Körperbauwert. Die einzigartige Zusatzfunktion für Körperanalysewagen FITPLUS wurde von Tanita speziell für Frauen entwickelt. FITPLUS zeichnet täglich die natürlichen Veränderungen im Stoffwechsel im Laufe eines Monats auf, sodass die Anwenderin auf einfache Weise überprüfen kann, wie sich Diäten und Sport auf den Körper auswirken. FITPLUS, das sich durch seine einfache und schnelle Bedienung über eine Ampelanzeige auszeichnet, zeigt während des Zyklus verschiedene Gesundheitstipps an und hilft auf diese Weise, den Kalorienverbrauch zu maximieren und Müdigkeitssymptome zu vermeiden. Grüne Tage sind für sportliche Betätigung besonders geeignet, da Kalorienverbrauch und Muskelaufbau optimaler als an anderen Tagen sind. Gelbe Tage signalisieren einen möglichen Eisprung. Rote Tage sind für Aktivitäten weniger geeignet, da der Körper ein natürliches Erholungsbedürfnis hat. FITPLUS nutzt die Kenntnisse über den natürlichen Zyklus und erstellt aktiven Frauen ein persönliches Tagebuch. Diese Informationen kombiniert mit den Daten der persönlichen Körperanalyse können zur Steigerung der Gesundheit und Fitness beitragen. Die Waage wird inklusive Batterien geliefert und besitzt eine Garantie von drei Jahren. TANITA – Die meistverkauften Körperanalysewagen weltweit TANITA – Die meistverkauften Körperanalyse